Die Fachgebiete Knochenmark und Stammzelltransplantation sowie HNO betreiben Forschung und Patientenversorgung auf dem neuesten Stand. Nur, leider sieht man Ihnen das derzeit nicht an. Hallo? Ja, ich weiß, die Räume in der HNO sind nicht so dolle. Aber das ändert sich bald. Denn demnächst ziehen wir in diesen großartigen Neubau. Bisher ziehen wir uns hier um. Und bald hier. Das ist unser alter Flur. Das ist unser neuer. Bislang sind die Patienten nach der OP hier aufgewacht. Und jetzt hier. Natürlich nicht. Die Patienten der Knochenmark- und Stammzelltransplantation sind immungeschwächt und hatten zu ihrem Schutz bisher nur sehr eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. Aber in Zukunft? Hier werden die Patientinnen und Patienten eingeschleust. Und können sich dann auf Station frei bewegen. In der HNO wachen sie bald nicht nur schöner auf. Guten Morgen! Auch zum Beispiel beim ambulanten Hördienst. Stimmt, das Ambiente. Und weil jetzt viele Fachgebiete im erweiterten Hauptgebäude zusammenarbeiten, sind die Wege kurz und die Versorgung damit nicht besser. Beste Medizin mit optimierten Abläufen und frischem Ambiente. Ab 2024 in Ihrem Universitätsklinikum Frankfurt. Wir freuen uns auch!